Ich denke, jeder, der gerne draußen schläft, würde sich selbst einen großen Gefallen tun, wenn er oder sie in der Lage wären, nicht nur am Boden, sondern auch in einer Hängematte zu schlafen. Dadurch bist du flexibler, kannst die unterschiedlichen Vorteile der Schlafsysteme nutzen und deine Abenteuer werden dadurch vielseitiger und interessanter. Fehler Nummer 1. In der Hängematte liegt man nicht gerade, sondern immer leicht diagonal. Dadurch verringert sich die Krümmung, du hängst also nicht so durch und liegst gerade und deutlich bequemer. Die Position ist dann ungefähr 1 Uhr bis 7 Uhr oder 11 Uhr bis 5 Uhr. Das Ganze setzt natürlich voraus, dass du eine Hängematte hast, die groß genug ist. Und das bringt uns gleich zu Fehler Nummer 2, eine zu kurze Hängematte. Eine gute Hängematte, in der du auch bequem die ganze Nacht lang schlafen kannst, sollte mindestens 3 Meter lang sein. Je länger, desto bequemer wird die Matte sein. Das ist die Hängematte, die ich aktuell am öftesten verwende. Das ist 3,25 Meter lang. Für meine 1,72 Meter ist sie perfekt und dabei immer noch recht leicht. Drittens, die Hängematte ist zu stark gespannt. In einer stark gespannten Hängematte wirst du auch, wenn es dir offensichtlich erscheint, weder gerade noch bequemer liegen. Um in einer Hängematte gerader zu liegen, siehe Punkt 1. Ein guter Richtwert für die Spannung ist ein Aufhängewinkel von 30 Grad. Das kannst du ganz einfach mit der Hand oder einer App nachmessen. Dann hängt die Matte schön durch, aber nicht zu viel. Fehler Nummer 4. Fuß- und Kopfhände sind gleich hoch. Das ist nicht ideal, weil wir aufgrund unseres schwereren Oberkörpers immer leicht nach unten rutschen werden, dadurch das Gewicht nicht mehr gleichmäßig verteilt ist und wir so nur noch schwer in die optimale Position kommen. Besser ist es, wenn du dein Fußende ein paar Zentimeter höher aufhängst, so wird das Gewicht des Körpers besser verteilt und du findest leichter den perfekten Hang. Es gibt da keine strenge Formel und es ist auch etwas Geschmackssache, aber ich würde sagen, 5 bis 10 Zentimeter höher sind ein guter Startwert. Fehler Nummer 5. Nicht nach oben schauen. Herabfallende Äste stellen vor allem bei windigen Bedingungen eine echte Gefahr dar. Schau dir also genau an, was über dir für Äste hängen. Sechstens Baumgurte. Achte darauf, dass der Gurt seitlich am Baum frei vorbeiläuft und zwar so, dass er nicht abgeknickt wird. Das reduziert die punktuelle Belastung und verlängert die Lebensdauer deiner Ausrüstung. Fehler Nummer 7. Keine Isolation von unten. Wenn du in der Hängematte liegst, reicht ein Schlafsack meistens nicht aus, denn es wird die Isolation nach unten hin komplett komprimiert. Und dadurch geht fast die gesamte Wärmeleistung verloren. Das heißt, du brauchst auch immer eine zusätzliche Isolation von unten. Im Hochsommer kommst du vielleicht auch ohne aus, aber den Rest des Jahres definitiv nicht. Im Idealfall verwendest du dafür einen passenden Underquilt. Der wird außen angebracht, sodass die Isolation nicht komprimiert wird. Du kannst dafür auch Isomaten, Schaumstoffmatten und Walldecken verwenden, aber der Underquilt ist insgesamt sicher die beste und bequemste Option. Achtens, Underquilt falsch befestigen. Er darf nicht zu eng sein, sonst wird die Isolationsschicht platt gedrückt. Er darf aber auch nicht zu locker sein, denn sonst ist der Abstand zu groß und die Wärme kann nicht gespeichert werden. Wenn du in der Hängematte liegst, sollte zwischen dir und dem Underquilt noch etwas Spielraum sein, sodass deine Hand noch leicht dazwischen passt. Fehler Nummer 9, ein zu kompliziertes Tarp. Anfänger verwenden am besten ein Tarp, das für die Verwendung mit einer Hängematte gemacht ist. Da sind schon alle Schnüre und Befestigungspunkte vorinstalliert. Das macht alles viel einfacher und du musst nicht erst drei verschiedene Knoten lernen. Zehntens, ein zu kurzes Tarp. Das Tarp muss mindestens 30 cm länger sein als die Hängematte, sodass auf jeder Seite mindestens 15 cm überstehen. Wenn das Tarp zu kurz ist, bist du bei Regen nicht ausreichend geschützt. Elf, Tarp zu hoch abspannen. Ein höher gespanntes Tarp hat zwar den Vorteil, dass du angenehmer darunter stehen kannst, aber es macht das ganze System auch deutlich windanfälliger und für alle Wildcamper da draußen auch deutlich sichtbarer. Deshalb ist es fast immer besser, das Tarp so niedrig wie möglich zu befestigen. Fehler Nummer 12, eine Hängematte ohne Ridgeline. Die Ridgeline ist an beiden Enden angebracht und sie begrenzt die maximale Länge der Hängematte. Das heißt, wenn du die Ridgeline einmal eingestellt hast, sorgt sie dafür, dass die Hängematte eine konstante Länge hat. Sie verhindert also, dass du deine Matte zu straff spannst und erleichtert den Aufbau. Außerdem kannst du daran Taschen und alles Mögliche befestigen, was vor allem bei einer Übernachtung extrem praktisch ist. Ich empfehle Hängematten mit einer einstellbaren Ridgeline. Damit kannst du dein Setup auf deine ganz persönlichen Bedürfnisse anpassen. Die meisten hochwertigen Hängematten haben eine solche Ridgeline. Fehler Nummer 13, eine Hängematte ohne Moskitonetz. Was Moskitos, Spinnen und Insekten angeht, hat die Hängematte den großen Vorteil, dass sie in der Luft hängt und so bereits die meisten Bodenkrappler vermieden werden. Aber mit Moskitonetz bist du dann von allen Seiten komplett geschützt und wirst wahrscheinlich noch besser schlafen. 14, keine Tropfschnüre. Bei Regen möchtest du verhindern, dass das Wasser über die Baumgurte in deine Hängematte läuft. Du kannst dafür sogenannte Tropfschnüre anbringen oder einen Karabiner zwischenschalten, damit das Wasser daran ablaufen kann, bevor es die Hängematte erreicht. Wichtig ist dabei noch, dass du die Schnüre unter dem Tab anbringst und zwar so, dass dahinter nichts mehr nass werden kann, denn sonst funktioniert das Ganze leider nicht. 15, keinen Ridgeline Organizer. Diese kleinen Taschen sind einfach extrem praktisch und gehören für mich auf jede Hängematte. 16, kein passendes Kissen. Vielleicht brauchst du auch gar kein Kissen, aber wahrscheinlich wirst du mit einem kleinen Kissen besser schlafen. Wenn ich im Zelt schlafe, verwende ich einen Packsack mit meiner Daunenjacke. In der Hängematte brauche ich ein kleineres Kissen und stopfe daher nur die Hälfte meiner Jacke in den Packsack. Wenn du möchtest, kannst du deinen Rucksack und auch deine Schuhe an den Enden der Hängematte aufhängen. Für die Schuhe kannst du auch zwei Stöcke verwenden, das verhindert, dass Feuchtigkeit und Krabbeltiere reinkommen. Wenn du auch mit dem Tab die Aussicht genießen möchtest, dann kannst du es ganz einfach mit einem Ast oder einem Trekkingstock etwas höher abspannen. Sollte deine Hängematte einmal nicht 100% perfekt eingestellt sein, dann kann es vorkommen, dass deine Knie etwas überstreckt werden. Dann musst du aber nicht unbedingt aufstehen und nachjustieren, sondern kannst auch ganz einfach eine Jacke oder ähnliches unterlegen, um so deine Knie zu entlasten. Manchmal bildet sich genau unter den Waden eine kleine Falte. Das ist kein großes Problem, aber das kann auf Dauer einen unangenehmen Druckpunkt erzeugen. Wenn das passiert, die Falte ganz einfach mit den Füßen von innen nach außen glatt streichen. Viele Hängematten können zusätzlich noch abgespannt werden. Das zieht die Matte noch etwas auseinander und sorgt für mehr Platz im Kopfbereich. Meine ultraleichten Setups verlinke ich in der Beschreibung. Mehr Tipps findest du in diesen Videos. Alles Gute und bis bald!